Musik Am 24.11.2012 fand die Weltmeisterschaft im Thai-Boxen in Saalfeld in der Grünmitte in der Dreifelderhalle statt. Der Titelverteidiger John Kallenbach musste seinen vor einem Jahr errungenen Titel pflichtgemäß verteidigen. Der Gegner war der Türke Serkan Aka, der in Berlin lebt. Wie es bei den Champions so üblich ist, findet ein Tag vorher das Wiegen statt. Dieses Wiegen wurde in Kainshof in Uhlstedt durchgeführt. Dort trafen die Gegner das erste Mal aufeinander. Wir baten sie um ein Gespräch. Hallo, ich bin Serjan Ajar. Ich bin 22 Jahre alt, komme aus Berlin. Mein nationaler Titel ist türkisch. Also einfach sich dem Kampf stellen und das Beste daraus machen. Für den Kampf habe ich mich zwei Monate vorbereitet. Ich bin hierher gekommen, um es zu gewinnen. Das habe ich mir versprochen und habe ich auch meiner Mutter versprochen. Mein Name ist John Kallenbach, ein Arrange im Saalfeld und ich kämpfe morgen um den WM-Titel und die Verteidigung. Wir haben uns sehr intensiv vorbereitet. Wir hatten das Glück, Mario Schulze amtierenden Europameister, Enrico Kehl, das Nonplusultra in der 7. Klasse, als Sparingspartner zu haben. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich die zwei Gürtel meinen Söhnen widmen möchte und daher muss ich das Ding einfach reißen. Auf jeden Fall. Also wir haben uns sehr, sehr gut vorbereitet. Heute war nochmal das Wiegen. Ich sage mal, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben alle die Zielsetzungen in der Vorbereitung erreicht, die wir erreichen wollten. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Morgen geht es scharf. Natürlich, man sieht es hinter mir, die großen Sponsoren von uns. Vielen, vielen Dank nochmal. Ohne die geht es nicht. Das ist nicht zu stemmen. Mein Name ist Bernd Hüttner. Ich arbeite hier als Verkäufer bei Reichstein und Opitz in der Volvo Abteilung. Ich möchte Ihnen gerne heute mal den Volvo Fah 40 vorstellen. Ich möchte Ihnen nochmal ein paar Details vorstellen beim Volvo Fah 40. Also weltweit ist es das erste Fahrzeug, was serienmäßig einen Fußgänger-Airbag hat. Dann gibt es Radarsensoren. Die liegen rechts und links im Stoßfänger. Zur Innenausstattung vom Fah 40 das Kompaktlenkrad, Bedienteil über das Lenkrad. Da kann man noch eine Rückfahrkamera mitwählen zum Kofferrahmen vom Fah 40. Die Vorderlehne vom Beifahrsitz ist vollkommen umklappbar und haben eine Länge über 2 Meter. Zu dem Fahrzeug, haben Sie ja gehört, gibt es sehr viele Details. Es gibt noch mehr Details, die würde ich Ihnen gerne mal zeigen bei einer Probefahrt. Würde Sie gerne mal einladen ins Autohaus Reichstein und Opitz. Schönen guten Tag, mein Name ist Margot Baldauf. Ich bin Verkaufsberaterin im Hause Reichstein und Opitz hier in Saalfeld. Speziell für die Marke Ford verantwortlich. Ich möchte Ihnen heute das neueste Ford-Modell vorstellen. Der B-Max bei uns ganz neu im Haus. Als kleinster Wenn bietet der Ford B-Max für Sie natürlich auch ein ganz bequemes Ein- und Aussteigen. Das heißt, wir hier die Möglichkeit eines Einstiegs über einer Länge von 1,50 Meter. Trotz der integrierten B-Säule in der Tür, bieten wir Ihnen ein besonders hohes Maß an Sicherheit, wenn durch 5 Sterne im NCAP recht ist. Als Besonderheit der Beifahrer-Airbag ist abschaltbar, für Familien mit kleinen Kindern sehr geeignet. Deshalb auch die Isofix-Kindersitzhalterung. Angeboten wird der B-Max mit 4 unterschiedlichen Benzinmotoren und 2 Diesel. Was Sie hier sehen, ist das Automatikgetriebe. Dann warte ich auf Sie und würde mich freuen, Sie zu einer Probefahrt im neuen B-Max begrüßen zu können. Auf Wiedersehen! Silver Star Dienstleistungen und Fahrzeugpflege aus Saalfeld in Thüringen bietet seinen Kunden unter Leitung von Gabi Neugebauer und Claudia Schmidt Neugebauer mit ihren Teams ein umfangreiches Leistungsspektrum von Gebäude-, Glas- und Fassadenreinigung über Industriereinigung und Landschaftspflege für gewerbliche und private Kunden an. Im Mittelpunkt der Dienstleistungen am Firmensitz steht die professionelle Fahrzeugpflege. Viele Autohäuser, Firmen und Privatkunden sind von unseren Leistungen überzeugt. Sie geben ihr Fahrzeug in unsere Obhut, dann kümmern sich unsere Fachkräfte um ihr gutes Stück und bereits nach kurzer Zeit erstrahlt es wieder in neuem Glanz. Von der schonenden Wagenwäsche in unserer lackschonenden SB-Waschboxenanlage, über die komplette Reinigung und Pflege bis hin zur Nano-Versiegelung für Lack und Frontscheibe wird Ihr Fahrzeug verwöhnt. Sie werden von unseren Leistungen und unserem 24-Stunden-Service begeistert sein. Silver Star Dienstleistungen und Fahrzeugpflege im Saalfeld. Sauberkeit vom Profi. Silver Star Dienstleistungen und Fahrzeugpflege im Saalfeld. Sauberkeit vom Profi. Zusammens genutzt wurde Weltmeister. Zum Kalender! Der Weltmeister Riga Ruhm! Der Weltmeister 2012! Der Hauskoller aus der Türkei, die türkische Nationale. Der Hauskoller aus der Türkei, die türkische Nationale. Der Hauskoller aus Deutschland, die türkische Nationale. Der Hauskoller aus Deutschland, die türkische Nationale. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020